Möchtest du nochmal? Das musst du nicht fragen. Es sollte einem Mann immer freistehen zu wählen. Sch, was war das? Das sind doch bestimmt nur Übungen. Ja, von wegen. Ja, ha. Merda, ich muss Mario finden und die Truppen sammeln. Meine Männer sind im Hof. Ich werde sie umgehen und ihnen in die Flanke fallen. Pass auf dich auf. Ja, lol, unsere Rüstung ist die Böde. Ach, lol, wir werden beschossen. Ach, das sind gar keine Paräte. Oh, lol, die Truppen da hinten. Oh, fuck. Das sind die Borgia. Wie konnten wir das übersehen? Sie müssen sich nachts im Osten gesammelt haben. Wir müssen sie aufhalten, bis die Möchtung geflohen sind. Ich erledige das. Benutze die Kanonen über dem Wall. Ich werde einen Frontalangriff führen. Habt ihr ihn? Ich habe ihn sicher. Die Borgia dürfen die Mauern nicht durchbrechen, bis alle in Sicherheit sind. Insieme per la victoria. Insieme. Nett. Onkel, sei achter. Bin ich. Fuck, Krieg. Ja, lol. Was willst du noch, Alter? Komm, kannst du schon fliegen. Hey, hey, hey. Oh, shit. Oh, shit. Ja, lol. Wohin geht's denn hier? Oh, shit. Das arme Pferd. Großer Messergürtel verloren. Ja, ach so. Wir verlieren nochmal unsere gesamte Ausrüstung. Ja, ich würde da jetzt gern dran springen, ne? Ach so. Verdammt. Oh, shit. Komm schon. Heil dich. Ach so. Ja, lol. Genau. Nur die Tore, Gott sei Dank. Wir müssen sie aufhalten, bis die Bürger geflohen sind. Nein, das ist die Kanone. Zielt auf die Kanonen, Signore. Bumm. Ich meine, ich will Kanonen-Putten machen. Ja, komm schon. Das ist ein Witz, oder? Vielleicht hast du noch einen Krieg. Ja, lol. Das wird jetzt heftig. Wir haben alles verloren. Fast die Hälfte, Alter. Das ist dreifach so viel. Der kann nicht man richtig zählen. Fuck. Ja, lustig. Oh, shit. Ja, nee. Komm schon. Wie soll man das denn schaffen, bitte? Einige Bürger konnten noch nicht fliehen. Macht weiter! Sind wir die da hinten, oder was? Fast alle Einwohner sind außerhalb der Mauern. Jo. Wir chillen. Und jetzt Ende, ja. Hier haben sie gerettet. Wartet. Für das bleibt schlimm, die Mauern. Signore. Oh, fuck. Vergessen Sie, Kanonen. Ihr müsst sie aufhalten. Geht. Ich mache hier weiter. Nehmt diese Stadt für die Borgia. Seid keine Knerven. Jo. Zeiget mir die Knaven. Ja, komm schon. Ja, ist witzig, ne? Wie soll man das denn nicht kriegen? Ja, komm schon. Ist doch scheiße, sowas. Ich habe keine Konter. Ohne Konter kann ich nicht kämpfen. Das ist doch kacke. Fuck you. Mann. Sowas geht man schon wieder auf die Nüsse. Ball gegen Belagerungsdunkel. Nehmt diese Stadt für die Borgia. Ach so. Konter hab ich doch Oh lol So Kollege, jetzt komm du auch mal her Zack Durch den Hals So macht man das Du bist jetzt auch down Na komm, na komm Durch den Hals So läuft das, Kollege So läuft das Zack Bye, bye Der Handfeuerwaffe direkt Oh, nett Den hab ich umgemietet Ja, der ist aus dem Wasser Der ist jetzt zu 2 Bam Der ist geil Auf den Leichen auf Zack Oh Ja, ich seh da nichts Hallo Ja, lol Wie soll ich den denn treten Ach so Ja, ich mach damit mal weiter Na, Kollege Na, Kollege Ja, Moment Wie geht's mit dem Treten nochmal? Zack So ging das Oh, knapp Da muss ich ihn rein Ach, Mario Was, tot? Nicht dein Ernst Ihr Schwuchtelborger Ja, ich weiß Ich weiß, ihr seid da Ich weiß, ihr seid da, Ezio Der Papst erzählte mir alles von euch und eurer kleinen Bruderschaft Und davon Gebt mir die Büchse von seinem Freund Es gab zu viel Blutvergießen Ich glaube, eine Aussprache ist angebracht So, nehmt dies als Einladung von meiner Familie An eure Ne, oder? Ne, 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 nicht dein Ernst Oh, shit Wir wurden getroffen, aha Nett Ah, ja, tolle Einladung, die nehme ich dankend an Ja, äh So macht man das, so schafft man sich Freunde, du guter Bordner, Junge Hier werde ich auch nochmal ordentlich aufs Maul hauen, glaub mir Basta Ich kann gehen Vorsicht Da kommen sie Ziehen euch alle in die Villa zurück So kann ich nicht kämpfen Steht mir bei Fuck dich Jetzt Was So, den ersten haben wir So, Kollege Ja, nett von dir Kollege Ja, nee Oh's Und Mr You Bruce Huh Know You Uh was You die Ah